willkommen zu einer neuen folge pokémon leuchtende perle in der letzten folge haben unsere neuen pokémon trainiert unter anderem bummels das ist schön nun müssen wir aber nur noch zu dieser arena da oben wie man auch immer da hinkam ich glaube hier hoch womit da unten ist der fight trip? da geht es zur siegestraße, da wollen wir noch nicht hin ach ja, und wieder diese rätsel hier machen war ja nicht ganz so schwer hier sind auf jeden fall elektro pokémon gefragt hier sind auf jeden fall elektro pokémon gefragt Hier waren wir stehen geblieben. Toll. Nein, Konter braucht es nicht mehr. Toll. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das können wir auch Okay, wahrscheinlich So dann, irgendwie, oder? Okay, das ist gut Okay, das ist gut Wieder dieses Geräusch. Das ist das Geräusch. Okay, hier sind wir hier wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Edi-Fly Wir gucken mal gleich so eine Top Genesung dabei haben oder sowas. So eine Top Genesung dabei ist. 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 Die Ritze sind ja hier nicht schwer. 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 Okay. 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 Das war's für heute. Ich bin ein Travendor. Ich habe auch ein bisschen Kacke zu sehen. Ich gehe damit her, dass er auch noch einen Top-Track rutschmeiß. Ich gehe damit her. Bis zum nächsten Mal. Es war klein, dass er so eine Attacke kam. Aber es war die Es war ein Aufwand Ich bin die 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 Das war's für heute. Hey, da haben wir jetzt auch kein Licht. Die Lichtordnung. Okay, sehr gut. Ich würde sagen, gehen wir mal hier raus und gehen zum Pokémon Center. Ich bin jetzt nicht noch groß, was passiert. Ich bin jetzt noch groß. 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 Du hast mich noch groß. Bis zum nächsten Mal.